Sie laufen hinterher! Ich sollte anscheinend schneller sein, ein bisschen sehr viel schneller. Okay. Ich bin, dass sie dazu trainiert werden, um mich zu jagen. Das finde ich aber gar nicht ungerechte Losung. Boah! Scheiße. Wo soll ich dann lang? Der Funk flippt aus, die Kotze haben mich entdeckt. Nichts wie raus! Der Funk flippt aus, die Kotze haben dich entdeckt. Nichts wie raus! Wollt ihr mich verarschen? Der Funk flippt aus, die Kotze haben dich entdeckt. Nichts wie raus! Der Funk flippt aus, Papa! Ist okay. Er wiederholt euch. Der Funk flippt aus, die Kotze haben dich entdeckt. Nichts wie raus! Der Funk flippt aus, die Kotze haben dich entdeckt. Nichts wie raus! Von da kommt einer. Da hoch soll ich mich. Wie soll ich das auch schon machen? Ich hab ein paar Kletten am Arsch kleben, Jungs. Hu hu hu. Geht schlecht! Okay. Look! Wer ist da bloß? Alter! Okay, ich lauf geradeaus. Das ist 축 najspanches in die Ultra! Winjam! Ich kand USB r entendu... Da hab ich ja explain. Was ist das? Vor dir sind Bargleise. Das könnte ein Weg raus sein. Nein! Ne, ich halte nichts von der Treppe. Bist du an den Skiern? Lass dich mitnehmen. Gute Arbeit. Ich werde versuchen, die Infos über Ikarus zu vermitteln. Achso, okay. Okay, gut. Wollt ihr mir von den Tipps geben, Faze? Hau ab! Buh! Bist du an den Skiern? Lass dich mitnehmen. Gute Arbeit. Ich werde versuchen, die Infos über Ikarus zu verbreiten. Ich muss die anderen Runner warnen. Du das. Ich nehme mir diesen Kerl mal vor. Ja. aber bitte stürm da nicht einfach rein kleine das ist es ist zu riskant einfach zu Fuß zum schiff zu gehen sie werden nicht sehen es muss einen weg geben heimlich reinzukommen so geht es nicht ok ich habe es nicht ich habe es nicht ich habe es nicht Was ist eigentlich auf diesem Schiff? Keine Ahnung. Vielleicht Waffen. Könnte was mit diesem Projekt Icarus zu tun haben. Wenn du den Typ auf Deck gesehen hast, solltest du dich da hinaufmachen. Sobald du deinen Killer gefunden hast, hol dir ein paar Antworten und sieh zu, dass du wegkommst. In der Menge Cops, also bereite dich auf einen Kampf vor. Erschossen sind mitzufahren. Los, los, los! Okay, noch einfach. Aber... Messen nicht auf 7a. Lieferung abgeschlossen. Nichts in die Wege nach. Ahm. Eins, Gattende Verstärkung, 30 Sekunden. Tschüss. xd ach sooo, we know shot Team, bewegt! Team, bewegt! Position halten! Sie ist da irgendwo! Da ist sie! Komm wieder raus! Jetzt! Lass man es genau? Ja, tschüss! Ah! Ja, nein! Nein! Shit! Neeeeeeeeee! Wir kommen! Alter! Sie wollen mich verarschen! Sie müssen mich verarschen! Soll es dann einfach noch ein Makassinerring zum Penner überleben? Boah! Ganz ruhig! Runter! Ja, komm! Ist ok! Verdächtige Gesichter! Los, los, los! Spirms, 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 spirms! Was war damit? Geh drauf! Geh drauf! So! Das war ein Headshot! Du Penner! Gut! Ja! Ein paar Penner, ey! Hat er was da! Ja! 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 Geh! 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 Okay... Das müsste ich mir jetzt auch machen oder was? So... 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 Jetzt steht der... Dann geht es nie weiter... Hä? Was tut sich da noch? Okay... Das heißt... Versuch von dieser Ebene wegzukommen, bevor die Verstärkung eintrifft. Es muss einen Weg geben. Was? Ähm... Gut. Also, dann... War's das erstmal bitte? Und, äh, Miros Edge? Ähm... Ja, wir sind...